Die Gründungskultur einer Universität entscheidet darüber, ob erstklassige Forschung innovative Start-ups und Spin-offs hervorbringt. Das Start-up MBI entwickelt Leistungselektronik, die eine effiziente, ausfallsichere und kostengünstige Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht. Sicherheit ist wichtig. Im Prüflabor werden die Produkte auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit getestet. Das Volabo-Team hat einen extrem effizienten Elektroantrieb gebaut und beweist, dass 48 Volt für hohe Leistungen ausreichen. Für den Motor werden keine seltenen Erden benötigt. Julian Schneider liebt kreative Lösungen für die Mikromobilität, zum Beispiel sein selbstgebautes Elektro-Longbond. Headtech arbeitet an Lösungen für das Zusammenspiel von bemannten und unbemannten Flugzeugen. Leistung und Missionserfolg sind am größten, wenn Mensch und KI-System reibungslos zusammenarbeiten. Validity, ein Start-up von Studierenden, verhindert das unbefugte Eindringen in Computersysteme. An der Universität der Bundeswehr München sind nicht nur die Bedingungen für Forschung und Lehre hervorragend, sondern auch für den Transfer. Trage deine Ideen und Erkenntnisse in die Wirtschaft und Gesellschaft. Wir unterstützen dich bei der Gründung deines eigenen Unternehmens. Nutze deine Chance. Diese jungen Gründer haben die Herausforderung angenommen. Ihr Start-up sorgt mit KI-basierten Datenanalysen für bessere Entscheidungen. Deine Innovation kann die Welt verändern.